Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mal was ganz ganz anderes für euch und zwar eine neue Videoreihe, die ich gerne starten wollen würde. Ich werde da zwei bis drei Videos zu machen und mal schauen wie das Ganze ankommt und zwar nennt sich die Videoreihe die 10, wo ich euch einfach mal meine 10 Lieblingssachen vorstelle in den verschiedenen Kategorien. Heute starten wir mit RPG Games, also meine 10 Lieblings-RPG Games. Am Ende des Videos habe ich auf jeden Fall noch ein paar Informationen für euch hier allgemein über den Kanal. Da geht es auch nochmal zu dem, was ich in meinem Community-Beitrag die Tage geschrieben habe und die Abstimmung, die ich da gemacht habe. Also wer da mehr erfahren möchte, der bleibt auf jeden Fall bis zum Ende mit dabei. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für das Erreichen der 1000 Abonnenten. Ihr habt auf jeden Fall hier ziemlich krassen Support geleistet. Da geht auf jeden Fall ganz viel Liebe an euch raus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bleibt auf jeden Fall dabei und schaut es euch an. Los geht's wie immer nach dem Intro. Dann starten wir unsere Reihe mal direkt mit Platz 10. Auf Platz 10 befindet sich Fallout 4. In dem Spiel übernehmen wir die Rolle eines Überlebenden, der in einer postapokalyptischen Welt, die von Atomkrieg und radioaktiver Strahlung verwüstet wurde, ums Überleben kämpfen. Wir beginnen selbst in Vault 111 und müssen uns dort erstmal zurechtfinden, weil wir auf der Suche nach unserem Sohn sind, der verschwunden ist. Wir haben die Möglichkeit im Spiel uns überall frei zu bewegen, selber unsere Entscheidungen zu treffen und auch das Geschehen der Geschichte. Und innerhalb des Kampfsystems kann man nur sagen, dass man die Möglichkeit hat, nicht nur seine Rüstung, sondern auch seine Waffen zu modifizieren und selber anzupassen und hat da freie Möglichkeit zu entscheiden, wie man kämpft. Grundsätzlich haben wir eine sehr atmosphärische Spielwelt mit tiefgründiger Handlung, zahlreichen Nebenquests und auf jeden Fall stundenlangen Spielspaß, in dem wir tun und lassen können, was wir möchten. Auf Platz 9 Dragon Age Inquisition. Meiner Meinung nach das bisher beste Dragon Age Spiel, was erschienen ist, dicht gefolgt von Dragon Age Origins. Wir befinden uns wieder in Thedas und müssen die Welt vor einer nahen Katastrophe retten und haben da die Möglichkeit, für unser Team wieder Gefährten zu rekrutieren, wo wir auch wieder tiefgründige Backstories von den einzelnen Charakteren zu Gesicht bekommen und über ein Dialogsystem auch Einfluss auf die Entscheidungen zwischen den einzelnen Charakteren und der Story treffen können. Das, was wir in den vorigen Dragon Age Teilen erlebt haben, nimmt auch wieder Einfluss auf die Geschichte in Inquisition. Grundsätzlich müssen wir uns nachher auch wieder auf eine Seite schlagen, Magier, Templar und das Böse bekämpfen. Die Kämpfe sind auf jeden Fall in Echtzeit. Wir haben nichtsdestotrotz die Möglichkeit, jederzeit innerhalb des Kampfes auch zu pausieren, um taktische Entscheidungen der einzelnen Charaktere treffen zu können. Und meiner Meinung nach ist Dragon Age Inquisition ein wahnsinnig gelungenes und schönes Spiel. Auf Platz 8, ganz frisch auf dem Markt, Hogwarts Legacy. Wir tauchen in die Harry Potter Welt ein, um genau zu sein, 100 Jahre vor den ganzen Geschehnissen um Harry Potter. Wir befinden uns an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Und das Ziel des Spiels ist es, dem bösen Kobold Renrog die Stirn zu bieten. Während wir das tun, haben wir die Möglichkeit, nicht nur Hogwarts selbst, sondern auch Hogsmeade und die ganze Umgebung drumherum zu erkunden. Und durch die Lüfte zu fliegen, Rätsel zu lösen, Geheimnisse zu entdecken und, und, und. Und das Spiel ist mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail gefüttert. Wenn man einen Kritikpunkt an dem Ganzen finden möchte, dann ist es lediglich die fehlende Moral, die in dem Spiel vorhanden ist. Also egal, welche Entscheidung man trifft und egal, welche Zauber man im Laufe der Zeit auch benutzt, hat das keinerlei Einfluss auf irgendeine Moral innerhalb des Spiels. Nichtsdestotrotz frisch erschienen, vielleicht kommt noch ein bisschen was, gerade an DLCs, ist es meiner Meinung nach verdient auf Platz 8. Und wir hoffen auf jeden Fall noch wesentlich mehr davon zu sehen. Platz 6 aus dem Hause BioWare ist schon ein wenig älter. Es geht um Mass Effect 3, das krönende Finale der Mass Effect Trilogie. Wir schlüpfen wieder in die Rolle von Commander Shepard, der versuchen muss, eine feindliche Alien-Spezies aufzuhalten, die die Erde zerstört bzw. zerstören will. Wir müssen Allianzen schmieden und uns durch die Gegnermassen kämpfen, mit Schusswaffen und auch mit verschiedenen Fähigkeiten, die wir am Anfang des Spiels auswählen können. Mass Effect selber ist ein Spiel, was uns sehr, sehr viele Freiheiten in den einzelnen Entscheidungen bietet. Egal ob mit unseren einzelnen Gefährten, die uns im Kampf begleiten oder auch allgemein der ganzen Geschichte. Das Einzige, was bei Mass Effect 3 ein bisschen schade war, war das Ending, ohne irgendwie groß zu spoilern. Wir hatten die ganzen Entscheidungen aus den vorherigen Teilen und Teil 3 leider nicht so viel Auswirkung auf die verschiedenen Enden, die wir zur Auswahl hatten und auf die wir uns hinarbeiten konnten. Nichtsdestotrotz Gameplay-mäßig, Story-mäßig eines der besten Spiele meiner Meinung nach. Auf Platz 6 haben wir Tales of Biseria. Grundsätzlich bin ich ein Fan von der ganzen Tales of-Reihe. Biseria finde ich aber bis dahin mit am besten. Es ist die Vorgeschichte von Tales of Cisteria und spielt ungefähr 1000 Jahre davor. Wir schlüpfen in die Rolle von Velvet Crow, die sich auf einen Rachefeldzug begibt und nicht der typische Held ist, sondern eher ein Anti-Held und doch eher Richtung Dämonen geht. Am Anfang der Geschichte schließt sich auch eine Gruppe von Piraten an und mit deren Hilfe versucht sie dann auch die Wahrheit über eine mysteriöse Krankheit zu entdecken, die über die Welt gelegt ist und selber herauszufinden, was damals bei ihr passiert ist. Das Gameplay besteht aus rundenbasierten Kämpfen, die aber mit Echtzeit-Action-Elementen ergänzt wurden, weshalb einem das Ganze nicht so statisch vorkommt und ein bisschen mehr Dynamik auch ins Kampfsystem hineinbringt. Die Geschichte und die Charaktere sind sehr, sehr tiefgründig und das Ganze ist auch sehr emotional aufgebaut. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung meinerseits für die komplette Tales of-Reihe, aber Biseria ist da auf jeden Fall mit Abstand das Beste. Platz 5 geht zurecht an eines der storymäßig besten Spiele, die die letzten Jahre erschienen ist, an Horizon Zero Dawn, in dem wir in die Rolle von Aloy schlüpfen, einer jungen Jägerin und Kriegerin, die in einer postapokalyptischen Welt lebt, in der mysteriöse mechanische Kreaturen die Erde beherrschen. Wir kämpfen uns mit Pfeil und Bogen und dem Speer durch die Welt. Wir haben Möglichkeiten, das Ganze auch nochmal auszurüsten durch Sprengpfeile etc. Wir bekommen auch noch Schleudern und so weiter und so fort. Es ist ein Mix aus einem Stealth-Gameplay und Action-RPG, wo wir uns selber entscheiden können, wie wir die Gegner besiegen. Das Spiel ist auf jeden Fall, was die Story angeht, eins der besten, die jemals erschienen ist, wo wir selber nach und nach entdecken dürfen, wie unsere eigene Hintergrundgeschichte ist und wie es zu diesem Zusammenbruch der Zivilisation kam. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, das muss jeder einmal gespielt haben. Daher klare Empfehlung von mir. Auf Platz 4 aus dem Hause Square Enix haben wir Dragon Quest 11. Ich bin grundsätzlich ein Mega-Fan von der ganzen Spielereihe. Dragon Quest 11 ist meiner Meinung nach da das mit Abstand Beste. Wir übernehmen die Rolle des Lichtbringers, der im Laufe der Geschichte erst mal seine eigene Hintergrundgeschichte erfährt und herausfindet, was seine Aufgabe in dieser Welt ist, und zwar das Böse, das Dunkle aufzuhalten, was Schuld daran ist, dass er damals von seiner eigentlichen Familie getrennt wurde und so in dem Dorf Kießling bei seiner Ziehfamilie aufgewachsen ist. Wir lernen innerhalb der Geschichte immer mehr Charaktere kennen, die auch ihre eigenen Gründe haben, uns zu begleiten. Das Spiel bietet uns rundenbasierte Kämpfe, eine offene Spielwelt, die es zu erkunden gilt und das Ganze in einem doch sehr cartoonartigen, sehr emotionalen und auch sehr lustigen Stil. Das ganze Spiel mag zwar ein bisschen kindlich aussehen, hat aber nichtsdestotrotz auch seine Tiefen und seinen Anspruch gerade in den Kämpfen. Für mich auf jeden Fall eine wunderschöne, farbenfrohe Welt, die es sich auf jeden Fall lohnt, auch mal zu erkunden. Platz 3 in meiner Liste hat das für mich mit Abstand beste Final Fantasy Solo-Spiel verdient, und zwar Final Fantasy X. In Final Fantasy X begleiten wir Tidus, ein Blitzbeispieler aus Spira, der durch eine mysteriöse Kraft in eine andere Zeit transportiert wird. Und dort schließt er sich der jungen Beschwörerin Juna an, die eine Mission hat, und zwar die Welt von Sin zu befreien, einen riesigen Wesen, das alle zehn Jahre wiedergeboren wird und Tod und Zerstörung durch die Welt bringt. Auf ihrer Reise lernen sie auch verschiedene andere Charaktere kennen, die dann letzten Endes die Gruppe begleiten, die jeder ihre eigenen Gründe haben, auch Sin zu bekämpfen und die Welt von Sin zu befreien. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, in dem Spiel nicht einfach nur der Story zu verfolgen und die wahnsinnig gut gemachten, rundenbasierten Kämpfe auszutragen, sondern wir können zum Beispiel auch Blitzball selber spielen und uns dort eine Mannschaft aufstellen, um im Laufe der Zeit immer besser und stärker zu werden und auch um Meisterschaften zu kämpfen. In der kompletten Welt von Final Fantasy X treffen wir auch immer wieder auf NPCs, die wir dann für unsere Mannschaften rekrutieren können. Für mich mit Abstand eines der besten Final Fantasy Spiele. 2. Persona 5 Royal Wir schlüpfen in die Rolle eines Highschool-Schülers in Tokio, der ein geheimes Doppelleben als Phantom-Diet führt. Wir sitzen quasi auf Bewährung und müssen daher ein Jahr lang eine Schule in Tokio besuchen, weit weg von unserem Heimatort. Und dort gelangen wir über das Meta-Universum in sogenannte Paläste von erwachsenen Personen, die korrumpiert wurden und nicht unbedingt moralisch gut handeln. Wir versuchen, die zu einem Sinneswandel dadurch zu zwingen, indem wir deren Schätze aus den Palästen klauen. Die Handlung selber ist sehr, sehr tiefgründig und komplex. Wir haben zum Beispiel als allererstes Kamoshida, ein Lehrer an der Schule, der Schüler missbraucht, was schon sehr, sehr hart ist. Zusätzlich neben den Kampfeinsätzen in rundenbasierten Kämpfen, wo wir unsere verschiedenen Personas rufen können, müssen wir natürlich auch den ganz normalen Alltag meistern, unsere Skills in der Schule verbessern und die Freundschaft mit unseren Gefährten weiter aufbauen. Auf Platz 1 unangefochten Witcher 3 Wild Hunt. Die meisten, die wir uns kennen als Geralt von Riva, müssen wir uns auf die Suche nach unserer Ziehtochter Ciri machen und dabei gegen Menschen mit unserem Stahlschwert und Monster mit unserem Silberschwert bekämpfen. Wir haben auch noch die Möglichkeit, kleinere Zauber als Hexer einzusetzen. Wir können uns selber ausrüsten und skillen, wie wir möchten, um unsere einzelnen Stärken selber festzulegen. Wir haben noch mal seit Dezember kostenlos beide DLCs mit dazu, die auch noch mal wahnsinnig viel Content bieten. Gerade das To-Saw-DLC, was uns noch mal eine eigene Map bietet, ist für mich gesehen eins der besten DLCs, die jemals für ein Spiel erschienen ist und bietet uns wahnsinnig viel neuen Content. Was das Gameplay, was die Story angeht und was die RPG-Inhalte angeht, gibt es kaum ein Spiel, was es mit Witcher 3 aufnehmen kann und daher für mich verdient auch auf Platz 1 der besten RPGs in meiner Liste. Ja, der Start der Videoreihe D10 ist damit vollbracht. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Freut mich auf jeden Fall wahnsinnig, euch auch mal was anderes anbieten zu können und dazu noch mal zu dem, was ich auch im Intro gesagt habe, noch mal Bezug auf den Community-Post. Es wird natürlich weiterhin Final Fantasy-Content geben. Ich werde zu jedem großen Patch, der kommt, oder wenn allgemein neuer Content kommt, wie mit 6.35, auch das tiefe Gewölbe, werde ich euch natürlich auch Videos dazu machen. Ich werde weiterhin Extreme Trials und Raids und alles Mögliche im Rahmen meiner Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Ich habe es in meinem Community-Beitrag ja schon geschrieben, dass mit P8S wird leider dieses Raid hier nichts mehr, aufgrund von dem Personalmangel, den wir auch die letzten Wochen und Monate hatten. und dadurch, dass wir das auch nicht kompensieren konnten. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem weiterhin treu hier auf dem Kanal. Ich meine, das Abo, das kostet euch nichts. Und da supportet ihr mich auf jeden Fall kostenlos mega mit. Ich danke auf jeden Fall für das Erreichen noch mal der 1.000 Abonnenten. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir gewesen, ein großer Traum, den ich mir hier auch mit meinem kleinen Hobby erfüllen wollte. Von daher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt den ganzen gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Titel ihr selber spielt, wo ihr vielleicht nochmal Plätze getauscht hättet oder ein Spiel komplett rausgenommen hättet und ein anderes dafür reingesetzt hättet. Das würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.